Hallo, mein Name ist Lea Rodic, bin 22 Jahre alt und ich arbeite bei der Firma Heron Innovations Factory in Dombin. Ich mache eine Lehre als Konstrukteurin mit Schwerpunkt Maschinenbautechnik, Lehre gut vier Jahre und Berufsschule ist in Bludenz. Zu meiner Hauptaufgabe gehören das Konstruieren von verschiedenen und interessanten 3D-Modellen mit Hilfe von Computerprogrammen wie zum Beispiel Vento CAD und den Erstellen von dazugehörigen Zeichnungen. Was mir am besten bei meinem Beruf gefällt, ist die Möglichkeit etwas Neues zu bauen bzw. zu konstruieren und dass das später wirklich verwendet wird. Als Konstrukteur solltest du kreativ sein, über räumliche Vorstellungsvermögen verfügen, dich sollte Mathematik und Technik interessieren und ganz wichtig ist deine Teamfähigkeit, denn im Team werden die größte Hürde gemeistert.